Jahresüberschuss ist Fiktion, Cashflow ist Fakt. Warum ist Jahresüberschuss Fiktion, warum ist Cashflow Fakt? Nun, weil der Jahresüberschuss eine Gegenüberstellung ist von Ertrag und Aufwand und der Cashflow eine Gegenüberstellung von Einzahlung und Auszahlung. Die kritischste Größe bei diesem ganzen Spiel sind die Einzahlungen. Das ist die kritischste, die schwierigste Größe. Wir haben gesehen, wir können im Bereich Jahresüberschuss Erträge herzaubern, die keine Einzahlung sind. Zum Beispiel Zuschreibung sind Erträge, aber keine Einzahlung. Aber Einzahlungen zu produzieren bedeutet, oder sagen wir es anders, Im Rahmen des Jahresüberschusses kann ich also Erträge herzaubern, ohne in Interaktion mit irgendjemand zu gehen. Die kann ich buchhalterisch erzeugen. Zum Beispiel über Zuschreibung. Oder Rückstellungen, die ich zu hoch ansetze und dann nachher wieder auflöse. Kann ich buchhalterisch, ohne Interaktion mit anderen Menschen, Erträge erzeugen. Aber Einzahlungen erzeugen braucht immer Interaktion. Das heißt, ich muss andere dazu bringen, etwas, das sie selber für sich als knapp und wertvoll empfinden, nämlich ihr Geld, mir zu geben. Und das ist schwieriger, als einen Ertrag herzuzaubern. Mittlerweile sind die Bilanzmanipulatorischen Möglichkeiten eingeschränkt. Wir haben das vielfach gesehen. Also das war früher noch einfacher, als ich es jetzt beschreibe. Und das ist der Grund, warum die Bilanzanalytiker sagen, Jahresüberschuss ist Fiktion. Da sind viele Zaubertricks dabei. Aber Einzahlungen zu erzeugen, bedeutet in Interaktion zu gehen, am Markt präsent zu sein, am Markt Vorteile zu bieten, also unternehmerische Qualitäten zu zeigen und nicht buchhalterische Tricks. Die andere Größe, Auszahlungen, da brauchen wir nicht darüber zu reden, das kann jeder trotteln. Auszahlungen produzieren kann jeder. Aber Einzahlungen produzieren, Kunden dazu bringen, das Produkt zu kaufen und auch zu bezahlen, das bedeutet unternehmerische Qualität und nicht buchhalterische Trickserei. Das ist der Hintergrund dieses Zitates.